Es war schon bis jetzt ein voller Tag, weil natürlich auf der einen Seite ich mich komplett neu orientieren musste, wo jetzt was ist und wo ich was finde und ich habe so viele Namen gehört, die ich jetzt erstmal nochmal neu sortieren muss und ich habe auch schon eben sehr viele Gespräche geführt. Ich habe mich der Mannschaft vorgestellt, ich habe mich den Mitarbeitern vorgestellt, schon mit einzelnen Kollegen gesprochen, mich mit Projekten vertraut gemacht. Es ist der Club, der über Tradition verfügt, der lebt im buchstäblichen Sinne mit all dem, was es auch manchmal schwierig macht. Das haben wir in diesen Tagen ja auch erlebt, dass es manchmal eben schwierig ist, wenn etwas lebt und wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Aussagen gibt. Es ist die Stadt Düsseldorf, es ist eine der schönsten Städte Deutschlands, es ist die Landeshauptstadt des größten deutschen Bundeslandes, es ist das wirtschaftliche Umfeld, es ist die Infrastruktur. Viele andere Vereine haben auch Teile davon und es gibt auch einige Vereine, die haben auch alles davon. Und das sind auch die Vereine, an denen wir uns orientieren müssen. Da wo solche Rahmenbedingungen sind, muss man sich auch besondere Ziele setzen. Und nur damit das nicht falsch rüberkommt, Ziel setzen heißt für mich nicht Ziel für die nächste Saison, nicht mal für die übernächste, sondern was die Entwicklung eines Clubs betrifft. Das kann fünf, sechs Jahre dauern, bis man das umgesetzt bekommt, weil Rahmenbedingungen kein höheres Tempo erlauben beispielsweise. Aber das ist meine Orientierung und das zeichnet eben die Fortuna gegenüber anderen Vereinen aus. Das Oberziel ist eigentlich, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen. Man wird ja immer gefragt, was glaubt man, welchen Tabellenplatz kann man erreichen oder welche sportlichen Zielsetzungen sind erreichbar oder welchen Stellenwert im Ranking der deutschen Clubs kann man erreichen. Das ist nie so konkret zu beantworten. Und jeder Club in Deutschland hat eine Alleinstellung und jeder Club hat seine Besonderheiten, aus denen sich auch die Division und die Zielsetzungen ergeben. Und die sind eben immer sehr individuell. Und es gibt eben Clubs, die haben sehr, sehr gute Möglichkeiten. Es gibt Clubs, die haben überschaubare Möglichkeiten. Und entsprechend unterschiedlich können auch nur die Zielsetzungen sein. Und ich glaube einfach, und das sage ich jetzt ja nicht nur, weil ich seit heute hier bin, sondern weil ich das auch seit einer ganzen Zeit auch beobachten kann, dass die Möglichkeiten für die Fortuna einfach sehr, sehr gut sind. Ich denke schon, dass das mit richtigen Kompetenz, glaube ich, ganz gut ausgedrückt ist. Auf der einen Seite bin ich natürlich Repräsentant des Vereins und auch Gesicht des Vereins. Das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich nicht in jeder Fachfrage immer die beste Antwort habe oder die meisten Kenntnisse habe. Da gibt es Kollegen, die sehr viel tiefer in den Themen stecken und ich wäre einfach schlecht beraten, wenn ich, obwohl weniger kenntnisreich, trotzdem darauf bestehe, dass meine Meinung dann gerade zählt. Also mein Stil ist eher zuzuhören und Dinge zusammenzuführen, vielleicht die richtigen Fragen zu stellen und auch zu fordern. Der alte Spruch fordern und fördern, das ist vielleicht genau das Richtige, aber man darf eben auch bei all dem, was man tut, nicht zu früh zufrieden sein. Und da immer wieder das nächste erreichbare Ziel, die nächste Etappe anzumahnen oder auch so ein bisschen anzukitzeln, das ist sicherlich meine Aufgabe und da, glaube ich, habe ich in der Vergangenheit auch die besten Erfahrungen mitgemacht. Viele in bestimmten Facetten, ob das Rolf Rüßmann war, den ich in Mönchengladbach kennengelernt habe. Ich habe auch extrem gerne mit Klaus Allers zusammengearbeitet in Wolfsburg, der ja auch in Düsseldorf kein Unbekannter ist und auch mit viel Sympathie verfolgt, was hier passiert. Das war eine extrem angenehme Zusammenarbeit und ich habe auch sehr genau beobachtet, wie es ihm gelingt, Menschen auf seine Seite zu bekommen und für ein gutes Klima zu sorgen, indem man eben dann auch produktiv und gerne arbeitet. Das hat er schon richtig gut gemacht. Es gibt viele Sachen, die ich mache. Also ich habe ja lange Jahre quasi ohne Familie gelebt, als ich in Wolfsburg gearbeitet habe. Deswegen genieße ich das jetzt eben auch einfach nur zu Hause zu sein mit meiner Familie. Wir haben jetzt einen acht Monate alten Hund bekommen, mit dem ich gerne spazieren gehe, mit meiner Frau zusammen und mit meinen Kindern. Die größte Leidenschaft, die ich eigentlich habe, sind Bücher. Ich liebe Bücher, ich liebe es zu lesen. Die Zeit dafür bleibt eigentlich fast nie, deswegen kaufe ich immer mehr Bücher als ich lesen kann. Deswegen wird der Berg immer größer sozusagen.